Was geht ab, Freunde? Euer Stefanie und herzlich Willkommen zur FoodDraft Low-Skiller-Challenge. Ja, Freunde, in der letzten Folge haben wir uns ein Team zusammengebaut. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Link jetzt hier einfach verlinkt in der ersten Beschreibung, zweiten Beschreibung oder auch einfach auf den Bildschirm klicken, ob das hier Sinn macht oder nicht. Macht einfach. Und die Herausforderung bestand darin, eine Mannschaft zu bauen mit den geringstmöglichen Skill-Moves. Das heißt, wir haben jetzt eine Mannschaft, die ich euch präsentieren werde in 3, 2, 1 und BOOM! Hier haben wir unsere Mannschaft. Ja, wie ihr schon sehen könnt, alles nur zwei- oder drei-Sterne-Skiller, kein einziger Vier-Sterne-Skiller dabei. Wenigstens haben wir noch relativ schnelle Leute dabei, wie Aubameyang. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, hier ins Finale zu kommen. Wir geben alles. Let's go into the Viertelfinale. Uiuiui! Neymar, Messi, Adoris, Arda. Also ein komplettes spanisches Team. Wir geben alles. Una concentraciona. Los geht's! Ey, Doppelfosten, Mann! Nein! Du sweaty Bob, Alter! Komm, wenn du nichts gehen kannst, dann musst du es ganz schnell mit Pesten nach vorne gehen. Komm! Wir spielen auch halbwegs sweaty, aber Miang, ey! Scheiße, Mann! Ey, was ist denn da los, Mann? Immer ein Pass und komm, jetzt! Adoris kann doch nicht so schnell sein, verdammte Scheiße, Alter! Was ist los, Miranda, Mann? Mein Gott, Alter! Lässt er sich abkochen wie so ein weiches Ei, Alter! Das kann der mir noch nicht erzählen! Miranda, Junge! Miranda, Kommanda, ey! Komm, Alter, die Sau hat Blut geleckt! Komm, Aubameyang, geh mit! Ballrolle, schön! Komm, Aubameyang, Ballrolle, noch mal hin und her! Was für ein Foul, Alter! Komm, gib mir den Freistoß! Oder so, oder so! Jetzt aber! Ja, Mann, wir sind back, Alter! Let's go! Gullam, Junge! Gullam, Alter! Gullam, komm, zack! Weiterleiten, ja, perfekt! Oh, mein Gott, komm, schon jetzt aber! Mein Gott, du Antikopf! Leo! Komm, enger geht's nicht, Mann, das ist so eng hier! Komm, Nainggullam, bleib stehen! Komm, Nainggullam, Alter, mit deinen Drei-Sternen! Es ist hier so ein Gullam, Alter! Gullam, Sommer! Boja, Chaka, Alter! Wir sind zurück! Nainggullam, mit seinen Drei-Sternen-Skills bumst er einfach alle! Nein, ey, was ist denn hier los? Ja, komm, jetzt! Barclay, Junge, mach ihn rein! Bam, Alter! Nein, Mann, die sind so overpowered, wie die da durchkommen! Glück gehabt! Ave Maria! Ja, nein! Neuer, danke, Mann! Egal, komm, jetzt die Sau! Komm, Junge, du bist schnell! Du bist schnell, du bist schnell, du bist schnell, du bist schnell, du bist schnell! Die Entscheidung, Freunde! Wage-Crit vom Gegner, was eine Mushi-Tuche, Alter! Ja, Mann, wir haben das Spiel gedreht, sind jetzt im Halbfinale, Junge, Junge, Junge! Let's do this! Neymar, Figuli, Alcacer, Özil, De Bruyne, keine schlechte Mannschaft! Wie ein Schiedsrichter ist unter Schiedsrichter! Was ist denn da raus? Bist du auf Relle oder was? Komm, wir runter hier! 1-0, Eigentor! Ist der auf Relle der Typ? Da geht mir doch das Herz auf! Ja, Mann, komm, jetzt droht man! Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah! Ah, schade! Ja, schön! Komm, zieh, hol ihn dir! Das sind immer die besten Dinge, Alter! Das sind die besten Dinge! Oh, mein Gott! Wechsel doch den Spieler mal da nach oben, Mann! Boah, Alter, das wird ein Monster-Tor! Oh, schade, aber jetzt Aubameyang! Oh, jetzt kommt mit Ansage das Tor, Freunde, komm! Aubameyang! Oh, schön geht er hier vorbei! Faul, Mann! Komm schon, Aubameyang machte den rein! Links, oben! Das ist die Entscheidung! 2-0, Aubameyang! Da ist der Sieg, Freunde! Wir gewinnen auch das zweite Spiel in der heutigen Folge und somit das dritte insgesamt in Folge gewonnen! Uh, uh, komm mal runter, ja! Jetzt geht's ins Finale! Nochmal 100% Konzentration! Da geht's um alles, Freunde! Ich will heute wieder den Sieg, den zweiten Food-Draft-Sieg in Folge wäre das dann! Hier haben wir unseren finalen Gegner! Douglas Costa, Lacazette, Valbuena in Form, Alaba, Naldo! Junge, 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 krankes Team! 87er Chemie, wir müssen alles geben! Let's do this! Komm, Aubameyang, Alter! Direkt erste Chance, erstes Tor! Komm, komm, komm! Ja! Gollum, Alter! Fletcher, Mann! Fletcher! Wuhu! Fletcher, Alter! Dritte, vierte Minute! Darren Fletcher! Oh mein Gott! Der Junge wird sowieso jetzt erstmal ausgewechselt! Dieser Ghulam ist ja nicht mehr von dieser Welt, Alter! Gollum 2.0! Jetzt musst du schnell gehen! Jawohl! Komm, mit ein bisschen Glück, aber wir haben immer noch den Ball! Ja, perfekt! Komm, mach ihn rein! Das muss es sein! Ja, Mann! Jetzt doch, Alter! 2.0! Perfekt gespielt hier! Super verzögert von Aubameyang und dann dieser Zuckerpass! Überragend, so wird Fußball gespielt! Komm, jetzt! Nein, Ghulam! Nein, Ghulam! Mach die Entscheide! Hoho! Ist das eng hier! Komm, jetzt aber! Ah! Ross! Ross, 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 Ross! Der Ball ist immer noch heiß! Zack! Zack! Und jetzt aber! Alter, safe! Das wird ein Tor! Safe! Hu! Gollasso! Leck! Sterne! Oh, sterne! Neuer! Geh mal wieder ins Tor zurück! Du Pflaume, Alter! Was für ein Stellungsspiel! Scheiße! Jetzt wird's nochmal gefährlich! Aber richtig gefährlich, Alter! Geh mal einer ran da! Hu! Ja, geil, Alter! Willst du mich verarsten? Hu! Wie spannend das nochmal wurde! Ja, Freunde! Wir gewinnen das Food-Draft-Finale mit 2 zu 1! Am Ende eigentlich ein klarerer Sieg, als es aussah! Junge, Junge, Junge! Hammer, Alter! Wir haben gewonnen! Das zweite Mal in Folge das Food-Draft! Diesmal mit der Lower-Skiller-Challenge! Hat richtig viel Bock gemacht! Ja, dann holen wir uns jetzt die Packs ab, würde ich sagen! Dann kommen wir runter her! So, wir haben hier einmal ein normales 7,5-K-Pack! Und dann haben wir noch ein Spiel-Set... Ne, Objekte-Gold-Set mit 12 gemischten Objekten! Objekten, Objekten, Objekten! Komm mal runter her! So! Das ziehen wir jetzt auch als erstes! Wir haben nur seltene Sachen! Und wir kommen... Uh, jetzt kommt das 7,5-K-Pack! Das 7,5-K-Pack mit... Woo! Daniel Storage! Der ist auf jeden Fall gut für so einen Pack! Was ist er noch wert? Uiuiui! Immerhin noch 20.000, 25.000 Münzen! Nicht schlecht! Und jetzt das finale Set! Nochmal 12 gemischte Objekte! Alle selten! Lasst auf jeden Fall down noch... Oh mein Gott! Lewandowski! Woohoo! Robert Lewandowski! Goal! Lasso! Der Lewandowski! Oh mein Gott! Junge, Junge! Das zweite Mal, dass ich Robert Lewandowski ziehe! Und diesmal sogar auf der Playstation! Der ist auf jeden Fall noch 70.000 Münzen wert! Richtig geil! Storage! Lewandowski! Wir haben gewonnen! Lasst auf jeden Fall mal ordentlich viele Likes da! 15.000, 20.000! Würde mich sehr freuen, dass wir es mit diesem Team geschafft haben! Gut Draft zu gewinnen! Das war's doch jetzt so weit auch von mir! Schönen Abend noch! Haut rein! Und... Ciao! Sind ja auf Brille, oder? Nee, nee! Was glaubt, mein lieben Freund? Na ja, ihr hier! Und herzlich willkommen zum Team of the Group Stage Back Opening!